Die trunkenen Fluten fallen, die Stunde des sterbenden Blau und der erblassten Korallen um die Insel von Palau. Die trunkenen Fluten enden als Fremdes, nicht dein, nicht mein. Sie lassen dir nichts in Händen als der Bilderschweigendes sein. Die Fluten, die Flammen, die Fragen und dann auf Asche sehen. Leben ist Brückenschlagen, über Ströme, die vergehen. Hunderte, tausende an Vergänglichkeitsgedichten erinnern an den Spruch, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Es sind aber die immer wieder neuen Bilder, die die alte Erkenntnis immer wieder neu beleben. Die trunkenen Fluten fallen. Fluten sind hier ein Bild für Lebensströme, Lebensfluss, Lebensenergie oder einfach das Leben selbst. Ihr Fallen ist ihr Enden, wie es später heißt. Die Stunde des sterbenden Blau. Eine unauffällig falsche Grammatik dem Reim und dem Menschen Klang zuliebe, der davon lebt, semantisch und syntaktisch immer wieder ein bisschen daneben zu liegen. Und der erblassten Korallen um die Insel von Palau. Die Südseeinseln von Palau sind als Reimwillkommen, aber auch als Bild treffend. Es sind so viele, dass man die Einzelne fast als namenloses Individuum begreifen kann, wie ein Mensch in der Masse. Die Südseefarbenpracht im Himmel und im Wasser weicht also einem bleichen Grau. Ben konnte nicht ahnen, dass das Korallensterben einst mehr als ein poetisches Bild sein würde. Bemerkenswert ist auch das Metrum, wenn Ben nach flüssig laufenden Dreihebern im vierten Vers mit einem trägen, vierhebigen Trocheus auf die Bremse tritt. Die trunkenen Fluten enden als Fremdes, nicht Dein, nicht Mein. Bei Ben muß ein Bild nicht klar und konsistent sein, um zu wirken. Wir verstehen, daß das Leben uns aus der Hand genommen wird, uns nicht mehr gehört. Sie lassen Dir nichts in Händen als der Bilder schweigendes Sein. Wenn mit der Bilder schweigendem Sein Erinnerungen gemeint sind, die am Ende an die Stelle des eigentlichen Lebens treten, ist das, wie gesagt, nicht unbedingt konsistent im Zusammenhang mit dem Rest des Gedichtes, tut der Wirkung aber kein Abbruch. Die Fluten, die Flammen, die Fragen. Energie, Trieb, Offenheit, Neugier, das macht das Leben aus, aber was bleibt davon? Und dann auf Asche sehen. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Die Asche verkündet den Anführungszeichen nach so etwas wie einen Kalenderspruch, eigentlich dazu gemacht, tausendfach zitiert zu werden. Wenn der Strom, über den sie geht, versiegt ist, steht die Brücke ihrer Funktion beraubt nur noch sinnlos da. Entsprechend ist unsere Biografie zwar in die Vergangenheit auch irgendwie eingeschrieben, aber dort liegt sie nach unserem Ende sinnlos herum. Wir gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.